Hallo, in meinem letzten Video habe ich euch erklärt, dass es bei VarioGold etwas ganz Neues geben wird, nämlich einen Homepage-Baukasten, wo jeder Vermittler seine eigene Homepage generieren kann, mit allem drum und dran, mit allem, was er tut und auf dieser Homepage befindet sich letztendlich auch ein Gold-Shop, mit dem Sie dann individuell Ihre Goldpreise gestalten können und bei dem Sie dann entsprechend Gold online verkaufen können, also quasi Ihr eigener Job. Wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch jetzt hier gerne vorführen und erklären, weil ich nämlich heute gerade hier im Büro bin und mir wurde eben die Ehre zuteil, dieses System das erste Mal live zu sehen und ich sage euch, das wird der Hammer. So, unser Kameramann hat mir gerade gesagt, ich muss mehr lächeln, also dann tue ich das hier mit und jetzt möchte ich euch ganz einfach zeigen, wie ihr eure eigene Homepage und euer Shop-System selber basteln könnt, beziehungsweise wie ihr selber darauf Zugriff nehmen könnt. Und das ist ganz einfach, zumindest die Vermittler, die schon mit uns zusammenarbeiten, die haben ja ihr eigenes internes System und die anderen Vermittler, die noch nicht mit uns zusammenarbeiten, sollten ganz schnell dafür sorgen, dass sie in ihr eigenes System haben, also einfach anmelden. Sie werden hier unten einen Link sehen, einfach draufdrücken, sich anmelden und dann können Sie diesen Vorsprung ganz schnell wegmachen, den die anderen Vermittler aktuell haben. Ja, ganz einfach, wir gehen in das interne System von VarioGold und hier gibt es einen Button Marketing Tools und wenn Sie dann auf Marketing Tools klicken, haben Sie hier drei Button aktuell, natürlich werden die auch entsprechend zukünftig erweitert, da können noch ein paar weitere dazukommen, aber aktuell sind es dann drei Stück und hier gehen Sie auf den Button Vermittler Homepage und da klicken Sie dann drauf und hier gehen Sie gleich in den weiteren Button, der zum Vorschein kommt, in die Verwaltung. So, ich mache das jetzt gerade mal hier parallel. Wenn Sie auf den Button Verwaltung geklickt haben, öffnet sich für Sie ein Menü und da können Sie Ihre kompletten Profildaten eingeben, wie Name, Titel, Firma und so weiter und so fort. Legen diese ganzen Daten an, das machen Sie wirklich in fünf Minuten, das ist ganz einfach und wenn Sie damit fertig sind, können Sie unten noch, werden also gewisse Qualifizierungen abgefragt, wie zum Beispiel, ob Sie Vermittler sind nach 34F, nach 34D, ja 34C und so weiter. So, nachdem Sie die Qualifizierung abgeschlossen haben, müssen Sie noch die oder können Sie noch die Social Media Daten eingeben, das bedeutet, der eine oder andere von uns ist bei Facebook, Twitter, Instagram oder Zing oder in irgendeinem, ja, Social Media Verein, nenne ich es mal, vertreten, da müssen Sie einfach nur die Häkchen setzen und automatisch werden dann auf Ihre Homepage entsprechend die jeweiligen Button erscheinen, um, dass der Kunde dann direkt auf Ihren Account kommt. Dann haben wir es auch schon geschafft. Sie müssen dann nur noch unten auf Weiter klicken und jetzt kommt das wirklich sehr, sehr Interessante. Sie haben hier sehr viele Häkchen gesetzt und zwar haben Sie dann eine Auswahlmöglichkeit. Ich zum Beispiel bin klassischer Versicherungsmakler, also ich komme aus dem Versicherungsmaklerbereich und deswegen ist es ganz wichtig, der eine, jeder hat von uns seinen, ich sage jetzt mal, Steckenpferd, der eine macht Versicherungen, der eine nur Sachversicherungen, der andere Aktienfonds, der andere Rentenfonds, Immobilienfonds und so weiter und so fort. Und all diese ganze Palette haben Sie hier zur Verfügung und Sie müssen einfach nur eins machen. Alles, was Sie interessiert und was zukünftig auf Ihrer Homepage erscheinen soll, dort setzen Sie ganz einfach nur ein Häkchen. Wenn Sie zum Beispiel das Thema Privathaftpflicht anklicken und Sie verkaufen Privathaftpflicht, wird auf Ihrer Homepage entsprechend das Thema Privathaftpflicht mit allen Erklärungen automatisch erscheinen. Und jetzt kommt es ganz richtig, wenn Sie also noch einen Vergleichsrechner haben, können Sie hinter dem Button Privathaftpflicht hier in dem Bereich automatisch Ihre URL verlinken und dann ist Ihr eigener Vergleichsrechner mit dem System verknüpft. Das heißt, der Kunde kann alleine sich seinen Vergleich rechnen und kann dann automatisch seine Haftpflichtversicherung abschließen. Oder es gibt ja so die bestimmten Internetseiten wie blau.de und so weiter suchen Sie eine Anbindung. Auch das lässt sich alles hier automatisch im System oder mit dem System verknüpfen. Das heißt, dass Sie im Prinzip jeden Kunden zukünftig auf Ihre Internetseite bringen können und die kompletten Abschlüsse für alle Bereiche, wie Sie es gerne möchten, dann entsprechend abwickeln. Ja, wenn Sie dann sich dafür entschieden haben, was alles auf Ihrer Internetseite erscheinen soll, dann klicken Sie einfach unten rechts wieder auf Weiter. Und dann sind wir schon im nächsten Bereich, nämlich im Shop-Bereich. Und hier sehen Sie alle Goldbarren, Münzen und so weiter, die derzeit zur Verfügung stehen. Auch diese Palette wird permanent erweitert und wird sich verändern. Sie haben jetzt die Möglichkeit auszuwählen, welche Barren oder welche Münzen Sie gerne haben möchten, welche Sie Ihren eigenen Kunden anbieten möchten. Und jetzt suchen Sie sich einfach die aus, klicken hier im Status Aktiv oder Nicht-Aktiv, welche Barren Sie sich wünschen. Und es sind hier Preise hinterlegt. Die aktuellen Preise sind die Preise, die das Unternehmen VarioGold für sich beansprucht beziehungsweise die es selbst benötigt, um letztendlich existieren zu können. Und Sie selbst schreiben dann, und zwar in Euro, Ihren eigenen Aufschlag, sprich Ihre eigene Provision, die Sie gerne haben möchten für diesen Barren hinten rein, tragen das dort entsprechend ein, und zwar für jeden einzelnen Goldbarren. Das heißt, Sie bestimmen selbst, welche Provision Sie letztendlich für den jeweiligen Goldbarren haben möchten. Und ja, also hier ist dann entsprechend eine Grenze gesetzt. Also hier kann man sehr, sehr kreativ sein, und das sollten Sie unbedingt nutzen, weil Sie kriegen hier mit Sicherheit eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit in den Markt rein, um letztendlich Ihren Kunden dann auch ein entsprechendes Gold zu verkaufen. Das war es eigentlich auch schon mit der Einrichtung des Goldshops. Sie klicken dann unten, wenn Sie alles ausgewählt haben, auf Weiter. So, dann wird nochmal ein Kontrollmodus gefahren, das heißt, alles, was Sie ausgeklickt haben oder angeklickt haben und ausgewählt haben, kommt nochmal zum Vorschein. Das können Sie nochmal in Ruhe sich anschauen. Und wenn Sie das alles für gut befunden haben, dann sagen Sie einfach Abschließen. So, jetzt müssen wir eine Sekunde warten. Und wenn Sie es abgeschlossen haben, steht Ihnen Ihre komplette Homepage zur Verfügung.